So Leute, für alle Altcoin-Halter haben wir im heutigen Video wieder ziemlich wichtige Sachen zu besprechen. Falls ihr also im Besitz von irgendwelchen Altcoins seid, dann wollt ihr dieses Video auf keinen Fall verpassen, denn wie bereits gesagt, wir haben schon ziemlich bald eine Riesensache für die Altcoins. Keine Angst, ich werde gleich noch ganz genau erklären, was ich meine. Dann haben wir ein paar weitere Wahlbewegungen. Falls ihr euch erinnert, wir haben uns ja gestern über die Bitcoin-Exchange-Rail-Ratio unterhalten, wo die Wale eine ganze Menge Bitcoin auf die Exchanges transferiert haben. Und jetzt ratet mal, diesbezüglich tut sich schon wieder was. Also bleibt dran, gleich gibt es alles, was ihr wissen müsst, falls ihr im Besitz von Krypto seid. Und damit willkommen zurück, meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie ich mir Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. Und dann würde ich sagen, ja, wir fangen auch direkt mal an. Wir finden jetzt immer noch Unterstützung an der Orangenen Box. Die tut immer noch alles möglich, um den Bitcoin-Preis oben zu halten. Aber trotzdem sieht man den Trend hier, dass wir lauer heißen machen. Also in dem Sinne, dass wir eben nicht in der Lage sind, unser voriges High zu erreichen. In jedem einzelnen Pump hier waren wir nicht in der Lage, unser voriges High zu erreichen. Es sieht also ganz danach aus, als wollte der Kurs noch ein bisschen tiefer gehen. Vielleicht werden wir also nochmal die 19.000 eher früher als später reichen. Das hier ist definitiv ein starker Wert. Ich schließe also nicht aus, dass die Orangenen Box vielleicht doch hält, weil ich weiß, wie stark diese Unterstützung ist. Das Ding ist, es dreht sich momentan alles um die traditionellen Märkte. Wenn wir einen großen Drop bei den traditionellen Märkten sehen sollten und, um ehrlich zu sein, also eigentlich haben wir sogar schon ein paar große Einbrüche bei den traditionellen Märkten gesehen und Bitcoin. Also oder die Orangenen Box hat trotzdem gehalten. Aber wie lange kann das noch halten? Ich meine, wird sie in der Lage dazu sein, einen weiteren großen Drop bei den traditionellen Märkten zu verkraften? Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, Leute. Aber wie ich bereits gesagt habe, nochmal bei diesem Level nach unten zu gehen, das wären einfach riesige Kaufgelegenheiten. Ich persönlich würde auf jeden Fall kaufen. Und natürlich werde ich gleich nochmal alles davon erklären. Und ich werde euch, sobald ich in einen Long Trade eingehe, darüber informieren. Also sollten wir noch einmal zu diesem Level nach unten gehen. Dann, was dieses Dreieck angeht, was ich euch gestern auf dem 4-Stunden-Chart gezeigt habe, da kann man sehen, dass wir tatsächlich hier über dieses Level ausgebrochen sind. Wie sieht das jetzt auf dem Daily-Chart aus? Okay, wir sind also auf dem 4-Stunden-Chart darüber ausgebrochen, wie man hier sehen kann. Und wir haben das Ganze sogar auf dem Weg nach unten geretestet. Das ist also definitiv ein interessantes Pattern, weil Bitcoin neigt einfach dazu, innerhalb dieser kleinen Pattern zu konsolidieren, bevor es dann zu einer großen Bewegung kommt. Und entweder natürlich, entweder nach oben oder nach unten. Wir müssen einfach mal schauen, was bei diesem Retest bei Raum kommt. Aber ich möchte über jetzt alles sprechen, was momentan mit den Wahlen passiert. Gestern habe ich euch ja diesen Chart hier gezeigt, der uns zeigt, dass die Wale eine ganze Menge Bitcoin auf die Exchanges eingezahlt haben. Und gerade erst heute, da haben wir einen der ältesten Wale. Diese Wallet ist von 2013 und der hat 5.000 Bitcoin auf Kraken transferiert. 5.000 Bitcoin, wie viele sind das? Das sind ungefähr 100 Millionen Dollar, also eine ganze Menge. Wenn man das Geld zu Kraken transferiert, um es möglicherweise zu verkaufen, dann ist das schon eine ganze Menge. Wir sehen also, dass die Wale diese Bewegung machen. Und ich bin ziemlich froh, dass wir schon in der Lage dazu gewesen sind, das schon vor ein paar Tagen zu sehen. Wir haben diese Wahlbewegung beobachtet und jetzt sehen wir sogar noch mehr Wahlbewegung auf der Blockchain. Das ist das Schöne an Bitcoin. Hier ist alles transparent. Man kann alles auf der Blockchain sehen. Abgesehen davon möchte ich nochmal ein bisschen über Altcoins sprechen. Ethereum konsolidiert immer noch zwischen meinem 1.500 Dollar Level und dem 1.650 Dollar Level. Ihr könnt also ziemlich gut sehen, dass dieses Level mehrfach getroffen wurde. Eine ziemlich starke Unterstützung für Ethereum gewesen ist. Und Ethereum neigt dazu, meine Level sogar noch besser zu respektieren als Bitcoin. Hier, man kann sehen, wir hatten diesen Doppelboden geformt, sind hoch zu diesem Level gestiegen. Also, ziemlich saubere Sache. Wir hatten Unterstützung bei diesem Level gefunden. Und jetzt haben wir dieses Level als ziemlich definierende Ebene für Ethereum bei 1.525. Ja, und selbstverständlich bei dieser impulsiven Bewegung nach oben, da wurden wir von diesem Level bei 1.650 rejected. Ethereum neigt also dazu, diese Level wirklich unfassbar gut zu respektieren. Und jetzt lasst uns mal über die Altcoins sprechen. Eine Sache, die momentan, ich würde sagen, ziemlich überraschend ist, ist, dass in diesem Bärenmarkt Altcoins tatsächlich Bitcoin ziemlich stark überperformt haben. Wenn wir mal den Altcoins-Index anschauen und ein bisschen rauszoomen, da kann man sehen, dass wir momentan tatsächlich auf einem ziemlich hohen Level sind. Das ist normalerweise der Zeitpunkt, an dem Altcoins beginnen, wieder umzudrehen und Bitcoin beginnt, gegenüber Altcoins wieder in Stärke zu gewinnen. Das ist auch der Grund, warum ich euch warne. Also, das hier ist ein ziemlich überzogenes Level. Traditionell, vielleicht ist es diesmal auch anders, aber traditionell würde man an diesem Punkt sehen, dass Bitcoins die Altcoins wieder ziemlich stark outperformen. Das ist jetzt in den letzten 90 Tagen nicht mehr der Fall gewesen. Und in der Tat kann man sehen, dass Bitcoin, ja, wirklich einer der schlechtesten Performer in den Top 50 Krypto ist. Hier, schaut mal, Bitcoin ist bei Platz 47. Das ist eigentlich absolut verrückt, wenn man sich mal anschaut, wie die Märkte gelaufen sind. Nur KuCoin Shares und XCM, muss ich sagen, weiß ich gar nicht mal, was das für ein Coin ist. Aber die unterperformen Bitcoin auf jeden Fall. Jeder andere Altcoin in den Top 50 hat Bitcoin outperformt. Und einige sind sogar ein Profit in den letzten 90 Tagen, wie BNB, FTT, Lio und natürlich haben wir noch Lido mit fast 100% Gewinn. Also wirklich Wahnsinn. Bitcoin hat in diesem Bärenmarkt einfach nicht gut performt, vor allem im Vergleich zu den anderen Altcoins. Wenn wir die Bitcoin-Dominanz anschauen, dann kann man sehen, dass wir aus dieser Dreiecksformation ausgebrochen sind, hatten eine schöne Bewegung nach oben bei der Bitcoin-Dominanz. Und jetzt nähern wir uns lieber wieder diesem Level. Man kann auch sehen, dass in den letzten paar, im Grunde genommen Jahren, weil das ist auf dem Weekly-Timeframe, im Jahr 2021, Anfang 2021, da sehen wir, dass wir dieses Level ein paar Mal erreicht haben. Wir haben es allerdings nicht geschafft, da drunter zu brechen. Es ist also ziemlich wichtig, das bei der Bitcoin-Dominanz zu beachten. Und was bedeutet das Ganze denn jetzt alles? Naja, wenn wir jetzt mal anfangen nach oben zu gehen, so wie wir auch in der Vergangenheit gesehen haben, dann bedeutet das auch, dass Bitcoin die Altcoins outperformt. Das Ding an der ganzen Sache ist natürlich, dass wir den Ethereum-Merch bald haben und das wiederum hat sich unfassbar stark auf das gesamte Altcoin-Sentiment positiv ausgewirkt. Die Leute steigen nämlich in Ethereum ein und dann verteilen die wieder ihre Sachen auf die anderen Altcoins, die Ethereum mit nach oben gezogen hat. Wir müssen also mal schauen, nachdem der Ethereum-Merch abgeschlossen ist, ob Ethereum und Altcoins wieder nach unten gehen werden. So, by the rumor, say the news mäßig oder halt eben nicht. Wenn ich persönlich eine Wette eingehen müsste, dann würde ich denken, dass das tatsächlich sogar das wahrscheinlichste Szenario ist. Wir beobachten das Ganze also weiter. Wir schauen, was die Wahlen machen. Wir beobachten alles, was momentan wichtig ist. Und falls ihr das Ganze traden möchtet, dann könnt ihr bis zu 10.000 Dollar auf OKEx bekommen. Dann gibt es sogar noch einmal bis zu 4.500 auf Femex. Falls ihr also Interesse habt, dann geht in die Videobeschreibung, meldet euch über meine Links an. Und vor allem macht ihr auch bei der besten Trading-Community der Welt mit. Im Grunde genommen war es das auch schon für heute. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like und ein Kommentar da. Teilt das Video mit euren Freunden und wir sehen uns dann im nächsten Video. Dann schaue ich euch mal. Dann schaue ich euch mal. Dann schaue ich euch mal. Vielen Dank.